ARD Text im Auftrag von Funk Das haben wir ja schon gespielt. Ja, aber... Nein, nicht mit dem... Mit dem... Links von da oben. Nein, mit dem links von da oben. Ja, das ist wichtig. Wollt ihr? Rada, rada, rada. Hahaha Markus probiert sich da wieder eine Rampe hoch zu basteln. Angst. Ah, Dreck! Mann, wenn es die Deutsche zerquetscht hätte. Der Mako ist schon kaputt oder? Ja, ja. Da hat irgendwas gestorben. An der Glas-Dinge. Ja. 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 Oh Mann! Das Jetpack ist ja wohl übel. Schau mal, kommt das nicht nochmal? Ja, jetzt ist es nicht da. Aber das ist davor da nochmal gekommen. Ja, aber vor allem waren ja die Station noch dabei. Ach so, ok. Kriegt wieder so totes Hähnchen rum. Wie ist der Vivi gestorben? Ah, das Scheiß geschützt hat mich getroffen, wo ich aufherspringen wollte. Ah! Ja, ungefähr genau gleich, ja. Nice, jetzt gibt es ja andere Punkte, und die erste, aber nein. Nice. Das ist immer der Bonus, wenn man drei Runde lang nichts kann und sich dann den Jetpack gar nicht tut. Aber so ein Jetpack ist ja nicht mehr da. Das ist ja gar ein Einen Runde. Was, der wird nur noch. Boah! Jaja, schupfen wir in den Stachle hinein, oder? Haha! Na! Boah, jetzt bouncet er da umeinander. Ob ich so eine Zigarette, das ist echt unglaublich. Ja und schupst mich einfach in die Dorne hinein. Ui! Ja? Ja. Viel Spaß, have fun! Du musst oben dir in die Wand hinein. Ohohohoho! What a move! Da ist mir das Herzchen gegangen, du! Eieiei! Das war nicht schlecht. Natürlich kein Zufall, dass wir er können. Der hat einen Twitch-Modus, gell? Der gibt den... Der hat die Leute voten. Für was so... Genau, was es für Items gibt. Wie? Wo? Woa... ... ... ... Woa... ... Nein, ich wollte nicht rufen. Es ist automatisch rufen. Ich komme nicht in! Jetzt zum Hydrat rufen. Der Markus ist so feige Sau, der baut sich da immer so geheime Wergle. So nicht, Freundchen. Ja, das ist mir schon klar. Ja gut, dann muss ich jetzt nichts mehr tun. Dann haben wir da eh schon zugebaut. Dann kann ich Minze haben. Fahrt da der Lift eigentlich durch, wenn du die Schräge da in die Mitte baust? Oder macht er das? Ja, dann glaubts schon. Ach, Gott. Ah, fahrt er mir durch. Nein. Oh no. Oh no. Na komm. Oh no. Ja, habe ich mit dir da. Oh no. 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 Oh, hau즈. Oh jetzt mein Beste! Oh man komm. Oh, ja gut. Jetzt kommt der nächste Hösle da wieder. Oh т. Falle runter, komm! Spring also mal wo an, anstatt da oben die ganze Alter! Hab ich nicht runtergefallen, hab die mitgerissen, perfekt. Nein, ich bin schon hier gewesen. Ja, verdient. Markus? Na, der König will sich da schon wieder weg mit seinem Bast, oder? Kannst du mit denen jetzt aber nicht verlegst? Du bist der Beste! Ja, genau! Danke Markus, mit der gute Doppeljump auf deinem Kopf. Das ist gut, kein Problem. Dreck! Ah, warte mal, das mach ich doch solo da. Jetzt drehe ich kurz auf. Wenn ihr morgen beide fertig machen und Punkte machen, dann bin ich da, weißt? Dann bin ich da. Ja, ich muss jetzt die Scheiß pflanzen oder ansteuern. Achso, warte mal, da ist das schwarze Loch. Ich glaube, das ist ja so. Ich glaube, das ist ja so. Wie, ich meine... Ah! Das zieht leider ziemlich weit. Ich bin geiler. Kutter irgendwann ja nicht. Der gestörte Schuss, da wollen wir durchcheppen. Oh! 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 Nein! Das Schlimme ist nur, wir haben glaube ich noch zwei Runde und der König gewinnt, weil keiner mehr Punkte macht. Ja. Ja, so sei es. Ja, so sei es. Maa, warum? Oh wow. Na komisch! Rekt! Ah! Ich hab's gefunden! Ja, das hat einfach greifelt. Ja. Da kann man dann ein ganzes Dach. Da kann man dann ein ganzes Dach. Ja. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Okay, jetzt gewinnt er wenigstens von dir. Easy win, oder? Ah, nein! Scheisse! Ich hab's gedacht, das wär's schon gewesen. Uuuuh! 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 Naa! Boah! Ba, haltes Glöckchen. Ohh! Hahaha! Jetzt schon die erfurzen geht können, ne? Mei! Da ist klem! Überall! Nein! Einmal, nehm! Ah komm! Einen Winner, komm! Ah nein, verdammt! Nein, ich hab schon gewonnen. Ah, Dreck! Zeit auf meiner Seite!